Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Ganz genau. Und heute gibt es im Kampnagel nämlich eine ganz besondere Veranstaltung. Dance Me ist ein Tanzmarathon, in dem zwei Generationen gegeneinander antreten. Die Bühne ist eine Arena, in der sich die neue und die alte Generation tänzerisch betteln. Ja, und die Teams wechseln sich ab, wenn ich auf die Tanzfläche muss. Der steht dann an einem Mikrofon und macht die Musik. Und was da ganz genau passiert, das können wir Ihnen noch gar nicht richtig sagen. Denn die beiden Teams, die trainieren nämlich getrennt voneinander für diesen Abend. Ja, und konfrontieren sich dann in der Show gegenseitig mit ihren aktuellsten Moves. Und wenn Sie Lust haben, sich dieses Spektakel anzuschauen, dann können Sie das heute ab 20 Uhr im Kampnagel tun. Und natürlich finden Sie noch weitere tolle Veranstaltungstipps, wie immer auf der Seite von hamburg.de slash heute. Vielen Dank. Vielen Dank.